Herzlich Willkommen zu unserem Posaune Podcast von jedem Wort leben. Es gibt einen Grund, wenn etwas schief läuft. In 99% der Fälle sind wir selbst der Grund. Wenn etwas schief läuft, machen wir etwas falsch. Das ist ein Gesetz, das sich durch die gesamte Bibel zieht. Segnungen für Gehorsam und Flüsche für Ungehorsam. Herbert W. Armstrong hat häufig darüber geschrieben. Er nannte es das Gesetz von Ursache und Wirkung. Für junge Menschen ist es oft schwer, sich einen Fehler einzugestehen. Das gilt besonders für die heutige Opferkultur. Die Opferkultur will die Schuld für schlechte Dinge auf etwas oder jemand anderes schieben. Die Menschen gehen auf die Straße, um gegen eingebildete Missstände zu protestieren. Sie beschuldigen die Regierung, die Rasse, ihre Eltern, die Gesellschaft, die Ungleichheit. Alles, nur nicht ihre eigenen Fehler. Sie müssen dieses Gesetz verstehen, weil es direkt mit der Reue zusammenhängt. Um ein Verhalten zu ändern, müssen sie zunächst die Tatsache akzeptieren, dass sie es tun, dass sie schuldig sind. Matthew Buckley schreibt in seiner Zusammenfassung des Buches Extreme Ownership von Joko Willings Seien Sie in der Lage, ihre Fehler zuzugeben, wenn Sie sie machen. Und übernehmen Sie die volle Verantwortung für Sie. Übernehmen Sie die Verantwortung und überlegen Sie, was Sie hätten anders machen können. Lernen Sie aus Ihren Fehlern und überlegen Sie, was Sie beim nächsten Mal anders machen können, damit es nicht wieder passiert. Schlechte Dinge passieren nicht nur dem Volk Gottes oder seinen Kindern. Herr Armstrong sprach von drei Dingen, denen wir widerstehen müssen. Satan, der Gesellschaft und uns selbst. Meistens sind diese schlimmen Dinge die Bumerang-Effekte ihrer eigenen Sünden. Sie können nicht die Gesellschaft oder gar den Teufel dafür verantwortlich machen, wenn sie sündigen. Aber natürlich bombardiert er uns und versucht uns zu beeinflussen. Aber wir sind für unsere eigenen Handlungen, unsere eigenen Sünden verantwortlich. Je eher wir das erkennen, desto eher können wir uns daran machen, dieses Verhalten zu ändern, damit wir Gutes bewirken können. In der Klaren Bar vom Februar 1982 schrieb Herr Armstrong, Es ist so einfach wie das hier. Für jede Wirkung gibt es eine Ursache. Doch unsere gesamte Gesellschaft und Lebensweise basiert heute darauf, die Wirkung zu behandeln und die Ursache zu ignorieren. Unsere Leute tun dies bei der Behandlung von Krankheiten. Sie tun es bei der Bekämpfung von Verbrechen. Sie tun es bei der Arbeit für den Frieden. Wenn sie krank werden oder starke Kopfschmerzen haben, sind sie hoffentlich bescheiden genug, um zu überlegen, warum das passiert. Was hätten sie anders machen können, um die Krankheit zu vermeiden? Wir sind fast immer selbst schuld, wenn wir krank werden. In Jesaja 59, Vers 8 heißt es, Den Weg des Friedens kennen sie nicht und es ist kein Recht in ihren Gängen. Sie haben krumme Wege gemacht und wer auf ihnen geht, wird keinen Frieden finden. Das ist die Ursache für all das Böse, die Gewalt und die Spaltung in der Welt. Der Mensch kennt den Weg zum Frieden nicht. Herr Armstrong schrieb in die vielen Dimensionen im Sexualwissen, Wenn es Frieden, Glück und Wohlstand im Überfluss geben soll, muss es dafür eine Ursache geben. Gott könnte nicht Gott sein, ohne eine Ursache für jedes gewünschte Gut zu haben. Es ist nicht an der Zeit zu erkennen, dass Gott aus Liebe zu den Menschen, die er geschaffen hat, auch dieses geistige Gesetz geschaffen und unaufhaltsam in Gang gesetzt hat, um die Ursache für jedes gute Ergebnis zu liefern. Gott befiehlt uns, bestimmte Verhaltensweisen zu vermeiden, nicht nur, um den Bumeramme-Effekt, den Fluch, zu vermeiden, der mit diesem Verhalten einhergeht, sondern auch, weil er uns nicht der Freude berauben will, die sich einstellt, wenn wir es auf die richtige Weise tun. Er fährt fort. Hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Ausreden sind Lügen und sie sind das Herzstück des Scheiterns. Manche Menschen sehen das Ziel, das sie verfolgen und manche Menschen fixieren sich auf die Hindernisse, die ihnen im Weg stehen und warum sie ihr Ziel nicht erreichen können. Manche Menschen konzentrieren sich auf ihr Ziel, egal welche Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen. Andere werfen einfach das Handtuch. Es ist zu schwer, es lohnt sich nicht, ich leide, also will ich aufhören. Wir alle müssen weise Entscheidungen treffen. Manchmal muss man sich vor bestimmten Aufgaben oder Herausforderungen drücken. Aber Gott wollte, dass wir den geraden und schmalen Weg gehen. Wir sind nicht auf der breiten, einfachen Straße. Das ist keine einfache Fahrt auf der Autobahn. Es ist eher eine windige, kurvenreiche Straße am Rande einer Klippe und wir müssen uns an den Berg klammern, um nicht herunterzufallen. Es wird Hindernisse geben. Wenn wir auf Gottes Art leben, darauf können sie sich verlassen. So bilden wir unseren Charakter. Backlicht schrieb auch, Anstatt sich Gedanken darüber zu machen, warum sie ihre Ziele nicht erreichen können, sollten sie sich Strategien ausdenken, wie sie die Hindernisse umgehen können, um an ihr Ziel zu gelangen. Der Weg, den sie zu ihrem Ziel nehmen, ist nicht so wichtig wie der Weg dorthin. Sie müssen wissen, wohin sie wollen. Herr Armstrong stellt in seiner Autobiografie fest, dass die meisten Menschen Opfer der Umstände sind. Sie haben sich keinen intelligenten Gedanken darüber gemacht, wo sie leben, was sie tun oder was sie für die Zukunft planen. Sie haben kein bestimmtes Ziel im Leben. Sie sind auf kein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Sie sind durch die Umstände dort, wo sie sind. Wenn Menschen in eine schlechte Situation geraten, geben sie diesen Umständen die Schuld. Sie beschuldigen die Gesellschaft, die Rasse, die Familie, die Regierung. Alles, nur nicht ihr eigenes Versagen. Sie stehen nicht zu ihren eigenen Fehlern. Also bereuen sie sie auch nicht. In Psalm 19 heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Firmament zeigt sein Werk. Der Grund, warum die Erde ein Planet mit Leben ist, sind die Gesetze Gottes. Und seine geistigen Gesetze sind sicherer und schöner als die physikalischen Gesetze. Die Bibel ist vollkommener als all die himmlischen Gesetze, die das Universum erhalten. So wunderbar ist das Wort Gottes. Herr Armstrong schrieb in der Clown-Wahr vom März 1970, Die Natur hat feste Gesetze aufgestellt. Richten Sie ihre Augen für Ursache und Wirkung in Ihrem eigenen Leben. Wenn Sie mit etwas zu kämpfen haben, selbst wenn es nur eine negative Einstellung ist, versuchen Sie, die Ursache zu bekämpfen. Ändern Sie etwas an der Ursache des Problems und sehen Sie, ob sich dadurch nicht etwas ändert. Sie können das bewirken. Und das Ergebnis wird Zufriedenheit, Einigkeit, Freude und Freundschaft sein. Niemand sonst wird das für sie tun. Sie müssen selbst ihre Einstellung ändern. Lesen wir die Vers 8-10 nochmal. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig allesamt gerecht. Gottes Gesetz bekehrt die Seele. Deshalb ist es wichtig, sich vom Wort Gottes zu ernähren und sich mit den Gedanken Gottes zu füllen. Diese Worte zu essen und zu verdauen. Vertiefen Sie sich in dieses Studium und überlegen Sie, wie Sie diese Lektionen, Gesetze und Prinzipien anwenden können. Herr Armstrong fuhr fort. Der Mensch scheint immer darauf bedacht zu sein, alle diese Gesetze zu brechen. Ob sie nun physikalisch, chemisch, moralisch oder geistig sind. Die Gesetze beginnen automatisch, ihre Strafe durchzusetzen. Es ist eine Frage von Ursache und Wirkung. Was hat die Menschheit also seit tausenden von Jahren getan? Sie hat die Gesetze gebrochen und damit die Wirkung verursacht. Die Strafe für die gebrochenen Gesetze. Und was tut der Mensch? Er versucht, die Wirkung zu behandeln. Der Mensch versucht, die Wirkung zu behandeln. In der ganzen Welt behandelt unsere menschliche Gesellschaft die Wirkung, während sie die Ursache ignoriert. Oder besser gesagt, sie bricht. Die Gesetze und verursacht ihre Strafen zu beseitigen. Die Bibel ist ein Anleitungsbuch. Sie wird mit einer Lampe verglichen, denn wir müssen sie benutzen, um zu wissen, wohin wir gehen müssen. Die Bibel schrieb in seiner Autobiografie, die Bibel offenbart als einziges aller Bücher oder Wissensquelle die grundlegenden Ziele. Sie allein offenbart die unerbitterlichen und doch unsichtbaren Gesetze, die Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion regeln. Die alle Beziehungen bestimmen, die Glück, Frieden, Wohlbefinden und Wohlstand hervorbringen. Die Bibel ist ein Leitfaden mit lebenswichtigen Prinzipien, die auf Umstände, Bedingungen und Probleme anzuwenden sind. Selbst wenn es einen Rückschlag gibt, hat Gott ihn zugelassen. Seien Sie demütig genug, um zu überlegen, vielleicht mache ich immer noch etwas falsch. Vielleicht ist mein geistliches Leben nicht in Ordnung. Vielleicht bin ich in meiner Haltung nicht gehorsam genug. Wenn Gott eine Prüfung zulässt, fragen sie sich, was will er mir damit beibringen? In 5. Mose 11, Vers 8 heißt es, Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf das ihr stark werdet, hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht es einzunehmen. Das Halten von Geboten macht sich stark. Wenn sie Gott gehorchen, mögen die Hindernisse noch da sein, aber sie werden die Ziellinie erreichen. Gott wird ihnen helfen, wenn sie weiterhin auf ihn schauen und diese Gesetze von Ursache und Wirkung anwenden. Dann geschehen gute Dinge. In Vers 26 bis 28 von diesem Kapitel können wir lesen, Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Gott bekräftigt dies in 5. Mose 30 und in den Versen 19 und 20. Er sagt, Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest, denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst. Genau wie im alten Israel gibt es zwei grundlegende Lebensweisen. Was sie in dieser bösen Welt um sich herum sehen, ist der Weg der Selbstsucht und der Eitelkeit. Der Weg, um jeden Preis zu bekommen, was sie wollen. Schauen Sie sich an, was die Mentalität mit unserer Nation anstellt. Gott will uns gleich hier die Antwort auf die Frage geben, warum Gott Gebote gegeben hat. Der Mensch soll nicht für die Sünde bestraft werden, nur weil ein Gott ein willkürliches Gebot gegeben hat, aber Gott hat die Gebote gegeben, weil diese Verstöße uns der Freude berauben und automatisch Schaden zufügen. Und das ist ein Zitat von Die fehlende Dimension im Sexualwissen. Gott will uns nicht daran hindern, ein glückliches oder freudiges Leben zu führen. Er hat diese Gesetze und Gebote erlassen, damit wir genau das haben können. Herr Armstrong fährt fort. Gottes Gesetze wurden in Gang gesetzt, um uns Glück, Frieden, Sicherheit im Überfluss und aufregende, strahlende Freuden zu schenken. Gottes Gesetze sind das Geschenk seiner Liebe an uns. Gott möchte, dass wir die Segnung genießen, die sie uns ermöglichen. Das ist die schlichte und rationale Wahrheit. Warum hat eine rebellische Menschheit darauf bestanden, diese grundlegende Tatsache des Lebens absichtlich zu ignorieren? Das ist das Grundthema der Bibel. Jesus Christus sagte seinen Jüngern, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, seid ihr glücklich, wenn ihr es tut. Erinnern Sie sich an das Gesetz von Segen und Fluch. Erinnern Sie sich an das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und natürlich können Sie wie immer die Gratisliteratur beantragen. Und das können Sie, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info.diposaune.de oder Sie unter der Literaturleiste auf unserer Webseite beantragen. In diesem Programm möchten wir Ihnen die fehlende Dimension im Sexualwissen von Herrn Armstrong anbieten, dass es Ihnen mehr Informationen zu diesem Thema gibt. Und natürlich werden wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten. Lassen Sie uns auch bis zum nächsten Mal wieder, danach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.